einen wunderschönen guten morgen mittag oder abend was sehen meine müden augen denn da ich habe mir nichts böses bei gedacht wollte heute ein video machen am vormittag oder nachmittag mittlerweile schon und was sehe ich da eine neue big best das gibt es nicht diesmal mit mit färten ich glaube ich bin wirklich paar leute aus der community haben schon gesagt diesen monat kommt der big best slot raus mit färten ich wollte es nicht glauben jetzt sehe ich es jetzt sehe ich es jimmy hat offiziell den angner status abgegeben und ist auf pferderennen aufgesprungen wortwörtlich was ist denn das hier ich kann mir selbst aussuchen was ich hier haben will die scheiße ich habe irgendwo drauf geklickt weil es jetzt war das jetzt zufall oder es ist wirklich es wird bodenlos geführt auch jeder jede neue woche eine neue big best es ist wirklich krass ist es dort wirklich so beliebt bei den bei den leuten dass sie da das spiel so etliche male zocken oder was was da los ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ok der erste jimmy der erste jimmy auf dem pferd kommt dabei kommt der beigerenten 55 ok letztes vorletztes bin ein jimmy pro jetzt kann ich nicht mehr sagen ein anderer fehlt noch was sage ich jetzt ein ein pferdeflüsterer ein pferdeflüsterer brauche ich noch irgendwie so weißt du naja ok erster bonus bei mit minus beendet ich muss sagen in dem stream oder auch so ich bin ich glaube ich wird kein big best bonanza teil kaufen aber ich würde kein big best bonanza teil kaufen dafür gehen die wirklich so gut rein aber ich habe es jetzt glaube ich zu jedem teil ein video gemacht und von daher darf diese pferde slot von big best auch nicht fehlen als bonus beim video aber wenn ich mich wahrscheinlich gleich wieder ärgere aber ich bin ja wirklich nur in der hoffnung dass irgendwann noch mal so ein guter teil rauskommt wie big best flash der am anfang wirklich immer gegönnt hat oder was ist immer oft gegönnt hat nach big best flash ging es steil bergab meiner meinung nach komm schon wo ist der pferdeflüsterer der pferdeflüsterer wieder nicht da jetzt scheiße komplett rein macht gar nichts mehr gar nichts wir kommen nicht mal die verlängerung er hat 5 euro 40 bezahlt und ich hoffe nicht mal die verlängerung es ist so ein alibi jimmy jetzt so ein alibi jimmy ist nur hässlicher zu sehen auch hässlicher mit dieser krawatte mit diesem anzug hässlich ich sage es immer wieder 80 cent eigentlich bester einsatz 1 1,80 cent kaufen ich weiß sogar nicht was ich hier ist eigentlich so wie amazon also wo ist dieser verdammte kind da ist er doch mit nicht mehr weiter 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 das hier grenzt wirklich an noch mehr schmutz wie big best amazon ohne spinn okay wir kommen das erst mal in die verlängerung ein sehr gut das heißt ja noch lange nichts wir kennen es alle das heißt noch lange nicht aber immer einmal die verlängerung immerhin mal die verlängerung wer war schon mal jemals bei dem mal 50 auch bei amazon bei bps amazon das geht doch gar nicht oder zehn spins mit mal 50 der ich komme nicht mal bei mal drei doppel ist aber ich jetzt mal noch mal bei markt bis mal drei geschafft ach kommen mit dem kleinsten pferd ja nicht mit dem kleinsten mit einem kleinen pferd aber immer zwei jimmis jetzt drei spin zwei jimmis ist doch möglich ist doch möglich weiter 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 kommen natürlich verlängert denn ich die missau jimmy kommt reingeritten aber leider fehlt immer noch ein jimmy für die nächste verlängerung aber immerhin der erste bonus bei der mit profit beendet wird mit dem kleinen plus und dann 15 kleines wird besser aus besser als minus was neues probieren mal 90 das ist das hier mit dem aussuchen ist auch nur spielerei oder das bringt einfach nichts was muss das wie bei big best amazon mit diesen stiefeln aussuchen einfach nur deko einfach nur deko jetzt einfach einfach mal durchschreiten einfach mal durchschreiten bis zum ende ich mir kommen das war schon wieder fast zu viel für verlängerung kein jimmy in sicht gell das ach so ein sauhund war er ich spiele die neuen big best zeile die im zukunft kommen ich werde kein bonus bei video machen es ist wirklich immer dasselbe es ist immer dasselbe es ist wirklich immer dasselbe es ist wirklich krass es ist wirklich heftig ein euro hatten wir eben schon dann lieb auch gar nichts jetzt gleich auf 1 20 jetzt haben wir mal niedriges niedrigstes pferd entfernen wurde diesmal nicht ausgesucht mal gucken was jetzt passiert die 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 ok verlängert eine verlängerung doch einer hätte noch gefehlt aber jetzt fünf spins ein ein chimie muss muss möglich sein ist möglich kommen reite weiter jetzt einfach macht doch nicht so jetzt er geht wirklich sich wieder in die verlängerung das ist wirklich so hart es ist wirklich so hart dieses schmutzige schmutz dort diese schmutzige schmutz jetzt konnten wir nur zwei sachen aussuchen ja ok vielleicht ist es auch wie bei links ab uns natürlich je weniger wieder aussuchen desto besser wird das kann natürlich auch gut sein bei big best flash ist es auch so mal schauen mal schauen mal schauen bis jetzt sehr enttäuschend bis jetzt ist er wirklich der schlechteste big best teil den ich gespielt habe ohne witz der gefällt mir wirklich 0,0 es ist wirklich ein krampf dieser stud es ist wirklich ein krasser krampf 1.400.000 euro fährt natürlich ich habe noch nie diesen 1000x fisch bekommen bei einer big best warum soll ich jetzt dieses 1000x fett hier bekommen und wieder keine verlängung das ist gern sein großvater wirklich gern sein großvater heftig heftig richtig ok das erst mal vier skater jetzt aber wenn jetzt noch mal minus wenn er jetzt noch mal minus das gehört dann rastisch aus wirklich ok wir dürfen die gefühlt alles ausfüllen fast mal gucken jetzt haben wir aber hier alles wir haben 6 wir halten fest wir haben 16 spins brauchen nur zwei chemis für verlängerung wenn wir jetzt nicht in die verlängerung geht dann war das wirklich das letzte mal dass ich diesen big best teil hier gespielt habe ok sehr gut der hat mich erhöht jetzt einfach weiter reiten jetzt einfach weiter reiten so viel spiele potenzial vorhanden potenzial vorhanden auch für die nächste verlängerung nur mal zwei haben wir jetzt schon zweimal zwei dreimal gesehen also 22 spiele insgesamt 22 spiele haben wir noch und wir brauchen drei chemis aber lasst mich diesen chemie nicht kennen der scannt uns jetzt komplett weg dann war es das aber dann war es wirklich komplett dann spiele ich diesen start nicht mehr zumindest nicht mit bonus bei es mache ich wie gesagt eben nicht bei diesem big best teil oder die kommen neu raus und dann falle ich jedes mal auf die schnauze ich mich jedes mal neu auf ok 15 spin zwei chemis eigentlich müssen wir bis ganz dahinten durchschreiten eigentlich mit so viel spins bis ganz nach hinten bis ganz nach hinten kommt hier zwei stück rein mach es nicht so spannend ja ok elf spins ein chemie eigentlich easy eigentlich sowas von easy aber der hat schon ja nein der hat schon fast wieder zu viel bezahlt der hat schon fast wieder zu viel bezahlt jetzt 75 für den wir sind nun auf null wir sind auf jeden fall breakeven hoffe ich mache jetzt die schluss 70er fisch 70er fisch mit vier beinen komm schon ein chemie ein verdammter chemie ja ok geht doch geht doch ok mal drei und wir haben wie viele spins kriegen wir zehn stück ja was für eine frage nochmals 10 spinzes hier wären die längsten big best spiele die ich jemals hatte sehr gut ne stimmt gar nicht aber doch ich hoffe ich hoffe es ich hoffe es einfach stellen wir jetzt einfach max einfach max bei big best noch unwahrscheinlicher als wie bei madame destiny gefühlt komm schon jimmy ich bin uns auf die mal zehn wir haben noch viele spiele 33 chimis neun spins komm schon in jedem dritten spin jetzt einer macht er nicht oder macht er wirklich nicht das ist so ein sauerhund ich kann halt auch nicht die anderen bonus bei es vergessen lassen nur weil er jetzt einmal 70 euro platz können ok ich bin zwei chimis rein theoretisch noch machbar aber ok er macht es tatsächlich noch mal spannend zwei spins ein jimmy komm schon meinetwegen auch komplett ohne fährt auf dem feld ich will einfach nur wieder meinen die mal 10 reinkommen einfach nur mal 10 kommt schon bitte jetzt das bild bitte 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 jimmy Was soll ich sagen Für so viele spiele nicht mal gut oder 319 auf 140 Ich weiß nicht ihr könnt mir gerne как Kommentare schreiben was ihr von der sort haltet Es ist so eine typische big best hat g es ist wirklich so eine ganz ganz typische big best sord ich würde sagen 10 Turbo Spins und dann verabschiede ich mich hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasse doch gerne ein kostenloses Abo, ein Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Oh, warte, wir haben noch mal eine Chance. Wird nur bis 750. Wird 750 glatt machen. Ja, okay. Dann gehen wir noch mal rein. Das meinte ich. Das habe ich am Anfang gemeint. Eigentlich glaube ich nicht, weil die gut in die Freispiele so reingehen. Okay, einmal Freispiele sehen wir noch. Der wollte mich noch nicht gehen lassen. Okay, sehr gut. Jetzt einfach nochmal so Freispiele wie eben. Aber hier hat man schon den Unterschied gesehen von drei, auch vier Skatter. Mit vier Skatter wesentlich besser, äh, mit vier Skatter wesentlich besser als drei Skatter gewesen. So, genau. Komm schon, Jimmy. Das hier werden jetzt wieder diese, diese Freispiele, die man nicht braucht. Kann natürlich auch gut sein. Die, 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 die. Hm? Okay. Sehr gut. Sehr gut. Komm. Verlänger, die erste Verlängerung geht. Die erste Alibi Verlängerung geht, oder? Zwei Spins, ein Schimmel, komm. Ach ey, ey, es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Scheiß drauf. Das ist ja verdammte Mistrund hier. Ist kein Pferd, das ist eine Ratte, auch was der reitet. Naja. Okay, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Ciao, ciao.